Was ist, wenn da rauskommt, ich hab's? Also man spielt dann ganz viele Sachen in seinem Kopf ab und ja, das war schon heftig. Ich habe aber selber gesagt, lieber das Ungewisse vielleicht, also das Risiko, die Chance, wie ich es lieber nenne, als die Gewissheit, dass ich Genträgerin bin. Damit hätte ich so früh nicht leben können, nicht wollen. Ich bestimme den Zeitpunkt, weil ich mein Ergebnis erfahre. Ich kann mit Ungewissheit überhaupt nicht umgehen. Für mich hat sich alles ins Positive gedreht, komplett. Und das ist auch gut so, und da will ich auch dranbleiben. Man passt so auf sich auf, man guckt wirklich, ich sag mal, man wird auch viel ehrlicher, mit welchen Leuten umgibt man sich, welche sind es wert, welche nicht. Für mich war es unheimlich wichtig, sofort zu sagen, ich weiß es, weil ich in einem Alter bin, wo man tatsächlich anfängt, Familie einfach zu planen und wissen zu wollen, was jetzt eigentlich kommt. Und auch es einfach zu verarbeiten. Also ich glaube, ich hätte es jetzt weniger gut verarbeitet, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, ach, ich lasse das jetzt rechts und links liegen und gehe jetzt einfach darauf, dass ich halt sage, ich mache jetzt nur, also lebe jetzt einfach weiter, als wäre es das nicht da. Wir haben ein kleineres Häuschen, wir machen weniger in der Richtung. Wir haben von Anfang an so gerechnet, was ist, wenn ich in Sachen Arbeiten ausfalle, dass die Sachen abbezahlt werden können. Wir machen alles so, dass es für uns alles gut vertretbar ist. Wir haben nicht den typischen Kredit 50, 60 Jahre, den wir abbezahlen, sondern es sind alles, man geht anders an diese Sachen ran. Und wir haben halt auch, am Anfang fiel mir halt auch immer auf dieses typische Diskutieren oder dieses typische Streiten, was viele Paare haben, dieses Aufregen über alltägliche Sachen. Das haben wir auch mal, aber ganz selten. Also bei uns ist ganz, ganz viel Respekt, Wertschätzung. Dieses, dass der andere da ist, dass wir die Zeit zusammen haben. Dieses einfach, wo wir wissen, das müssen wir jetzt genießen. Ich habe dann dort meine Blut abgegeben, habe dann das Labor beauftragt. Das ist so ein Moment, wo man denkt, jetzt schreibt man so ein eigenes Todesurteil. Der Tag war für mich sicherlich ein aufregender Tag, aber ich habe jetzt bis dahin die Kontrolle gehabt und der Rest liegt nicht in meinen Händen. Aber ansonsten ist es ja im Moment eigentlich erst mal nur die Bestätigung, dass ich diese Sache habe. Mehr ist es ja erst mal nicht. Ich gehe trotzdem weiter arbeiten, meine Tochter muss trotzdem in die Kita, mein Mann geht weiter arbeiten und der Alltag ist der gleiche. Der verändert sich ja nicht nur, weil man jetzt plötzlich das weiß. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe tatsächlich nach dem Gentest nur am Fahrstuhl einmal kurz geheult und ich habe seitdem nie wieder für diese Krankheit geweint. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was mir das gebracht hätte, es erst irgendwann später zu wissen, als wie wenn ich es weiß und weiß, okay, ich bereite mich vielleicht auch ein bisschen darauf vor oder mache noch Sachen, die ich unbedingt machen möchte. Und dann habe ich mich entschieden, habe auch angerufen, hatte es niemandem erzählt erst mal. Und irgendwann habe ich mich dann bei der Mama anvertraut, habe gesagt, hier, ich habe jetzt doch einen Termin ausgemacht. Und ich glaube, wir haben sechs Wochen auf das Ergebnis warten müssen. Die war natürlich sehr, sehr anstrengend, sehr nervenzerreißend, muss ich sagen. Und den Moment werde ich auch eigentlich nie vergessen, als er tief durchgeatmet hat und dann wirklich gesagt hat, Frau Schröder, Sie haben nicht die Gene. Genau. Ich habe auch gesagt, für mich ist dieses Datum ein zweiter Geburtstag. Wir haben gerade gestern nochmal, um uns so ein bisschen vorzubereiten, habe ich mit ihr nochmal gesprochen, was ihr Wunsch ist, auch mit Testen und so weiter. Ich lasse mich testen. Auf jeden Fall. Damit ich schon irgendwann auch weiß, ob ich jetzt wieder an Alena Kinder bekommen kann oder ob ich ein schönes Leben jetzt mal so führen kann. Ohne im Kopf zu haben, habe ich jetzt die Krankheit oder eben nicht. Das ist schon sonst besser, wenn ich mich jetzt testen lasse bald in ein paar Jahren. Jetzt will ich mein Ergebnis wissen. Bin dann in den Raum, habe mir das Ergebnis sagen lassen. Und das war so ein Zeitduben-Moment beim Leben, wo ich sage, da lest du mir, erklärt erst, was passiert. Wollen Sie den Impfschlag wirklich öffnen lassen? Und ich sage, ja, will ich. Und dann öffnen Sie den Umschlag, zieht den Zettel raus, lest vor, mein Name, Geburtstag. Und dann, der Satz heißt, die genetische Mutation auf Huntington wurde nicht gefunden. Ich habe dann gedacht, es wurde noch gefragt, ob ich eine Frage habe. Und meine einzige Frage war, darf ich eine Kopie bekommen? Wir waren dann auch im Hofbräuhaus, haben auf das Ergebnis angestoßen und wurden witzigerweise von Herrn Glück bedient und waren danach noch in der Kirche zum Beten. Und den Tag werde ich nicht vergessen. Und dann kam die Situation, dass eben unsere Tochter unbedingt wissen wollte, ob sie Genträgerin ist. Bei unserem Sohn war das nicht so. Der sieht es eigentlich so, wie ich es damals gesehen habe. Der hat zu mir gesagt, wenn ich sowieso nichts ändern kann, dann möchte ich es jetzt nicht wissen, dann möchte ich jetzt das bestmögliche Leben leben. Und wenn es dann kommt, dann kann ich immer noch reagieren. Ich sage immer, ich habe vier Lebenskrisen gehabt und da war der Tag der Diagnose von Alina eben auch. Das hat mich klar in ein tiefes Loch gezogen. Aber dann, da war ich kurz und dann habe ich gesehen, wie stark sie allein den Tag der Diagnose gemeistert hat. Und dann habe ich gedacht, jetzt kannst du nicht schwächeln. Jetzt musst du auch wieder stark sein. Du musst sie stützen und du bist eigentlich stark, also pack es wieder aus. Aber ich lebe wesentlich besser damit, als ich das jemals gedacht hätte. Ich bin damals aus der Praxis raus und auf einmal habe ich Blätter gesehen, die vorher gar nicht da waren. Oder ich habe plötzlich Wasser geschmeckt, was vorher gar keinen Geschmack hatte. Oder keine Ahnung, das war auf einmal, irgendwie hatte alles einen Sinn. Und auf einmal habe ich dann jeden Tag so gelebt, als wäre es mein letzter. Das muss ich wirklich sagen. Der Test hat alles verändert. Ich dachte wirklich, ich falle in ein ganz, ganz tiefes Loch und dass mich da niemand mehr rausholen kann. Aber es ist tatsächlich alles völlig anders gekommen. Aber so viel Platz möchte ich der Krankheit einfach nicht in meinem Leben geben, weil da viel zu viel noch Schöneres ist. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020